willkommen zurück liebe leute zu einer neuen folge 7 days to die age of oblivion hier auf meinem wunderschönen kanal und wie ihr schon gesehen habt ich habe mich gestern ingang gestern eingeloggt und da war sie wieder da da war droni wieder da und machen wir runter kriegen er nicht und man richtig schuss was los hier noch um die uhrzeit da haben wir dann guten morgen ihr seht es hier schon an an der gegebenheit wo wir sind ich bin zur quest gefahren zum chemway zum super schein wir hier draußen war eine schöne fahrerei hier raus aber über nachten bisschen was zu tun den ein oder anderen sombo hier deswegen stehe ich hier auf der mauer auch damit uns keine erreicht sordele ich habe mummel dabei wir haben zu essen und so dabei auch kein ding ich habe ein paar klappen dabei falls wir die brauchen doch würde die sagen gehen wir mal los rein da dahin sitzt doch schon einer ich schieße mal wieder überall vorbei ja geht doch kommt der jetzt wirklich noch hier muss das sein musste mir auf den sack gehen ruhe ist ruhe in der höhle ist balsam für die seele sage ich immer da liegen sie nebeneinander die 2 da liegen sie nebeneinander die 2 schießt ist hier irgendwas nö doch hier nimmt das mal mit dann machte hier die erste klappe hin hier ist nämlich die erste engstelle schon das weiß ich war irgendwann hier in so einem chemway genau das ist kommen nämlich das die ersten schon wollt ihr noch nicht ihr wollt doch ihr wollt doch willkommen da haben wir schon mal ein bisschen in die vollen halten dann macht das ganze auch spaß hättest du gerne hättest du gerne naja ist von hinten keiner ausrichten guter schuss da oben bist du da oben warst du da habe ich euch jetzt alle die hier auf uns gewartet haben erstmal das scheinen die ersten gewesen zu sein da sind ja noch mehr angst da waren ja noch welche ich habe ich ja gar nicht gesehen hier habe ich ja gar nicht gesehen lassen wir es langsam oder was so aus euch hatte ich ja gar nicht gesehen jungs und hier denn her müsst ihr mich so erschrecken da oben müssen kiste und so nicht dran kommen ja wir nehmen hier nichts großartig was mit das plane da wird großartig nichts mit geschleift bisschen hunger hat ein bisschen trinken kann auch mal was nimmst du mit das ist mein bummsteak lala ja wie war das hier irgendwas war doch hier da rein ich glaube da passiert jetzt gleich was wo kamst du denn her sag wo kamst du denn jetzt her warte mal wo haben wir den nächsten pass die ist verschlossen die ist verschlossen dann schleichen wir hier mal so ein bisschen schauen ob wir irgendwo was sehen die werden welches sein und schon sind sie wach oder was ja die nächste starts die 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 der ging ja jetzt erstmal für die erste welle die erste größere welle ging das jetzt mal würde ich fast sagen komm sammel sie ein das ist günstig metall günstig eisen dann muss das nicht farmen ok ok erst mal nachladen jetzt hier in ruhe ich habe ein schlechtes Gefühl über das einer ist da noch irgendwo da ist irgendwo noch einer verlaufen wo bist du dann wie kommst du denn da hoch mein freund sag mir das mal da draußen ist auch jemand am boxen das ist mir aber egal das haben wir hier sind jetzt fragen hier war es drin? Nein, lassen wir mal gucken wo geht es weiter hier drin irgendwo? Nein hier drin auch nicht ich meine davon aus dass wir dann hier irgendwie hoch müssen wo schalte ich hier was ab? das ist so die große frage nein, toll, danke vielleicht, warte mal, hier war doch ein das wird der hier, warum ist der hier? ja, toll, gegen 18 Fallspitzen hier weiter, hier wird der ausgeschaltet ah, da war ein Brandenburger, ich weiß warte, wieso bin ich da runtergefallen? ah, das haben sie geändert, Schweine Schweine, in der alten Version kommen ja so schön von hier aus hier so ein paar Jungs wegballern ok, das könnte interessant werden das könnte interessant werden, Leute das wird interessant durch die Bank ich glaub Oh. Wir haben noch nicht so viel abgekriegt jetzt im Moment. Mal gucken wie das weitergeht. Was war das? Interessant. Geh weg. Ja komm. Dann isst du mal was zwischendurch. Kannste immer gebrauchen. Jetzt mal hier weiter. Also noch garantiert auch irgendwo welche. Spätestens in der Tür sind welche zu sehen. 100 pro. 100 pro. Oh. My sensors have picked up something. Geh zaftack. All systems go. How may I help? Der eine saftzack. Der hat mich ein bisschen was gekostet. Die Sau. Dumme Sau. Ja. Ich stelle das. Kannst verkaufen. Ja. Ist nicht schlecht. Wieso wir es zu verbrauchen immer dabei. Das ist gut. Das sind Rohstoffe ohne Ende. Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ja. Deswegen sind wir auch nicht hier. Aber Schippe Ritz nehme ich mit. Schippe Ritz nehme ich mit. War hier irgendwas noch? Ich glaube der eine der da kam. Der ist schon runter gekommen. Ja. Ja. Da geht es ein zweiter. Ja. Das war mehr Schuss als ich gedacht hätte. Was da jetzt gebraucht für. Hier. So. Und da ich dem ganzen hier jetzt gerade nicht traue. Das ist ja nicht unbedingt. das ist doch schon wieder scheiße von den geiern deswegen hat sich die geier so sehr ich hasse die geier so sehr ihr könnt es euch nicht vorstellen was ist dieses blöde viel denn jetzt deswegen hasse ich das deswegen hasse ich das bin da so komische geier drin und rumschwirren die ich dann sonst wohin verpissen also lösen wie sonst was mal gucken ob wir den irgendwann irgendwo kriegen irgendwas meine wirklich kleiner drecksack habe gesagt wenn wir den werden Ich habe mir gedacht, dass du von hinten kommst. Ich habe mir nämlich gedacht, dass du von hinten kommst. Ich habe mir das schon gedacht, du kleiner Penner. Das sage ich jetzt nicht viel zu. Ich weiß zwar jetzt nicht warum ich hier schon abbaue, aber egal. Ich werde wohl irgendeinen tieferen Sinn haben, warum ich das mache. Hör doch jetzt mal auf damit. Machst du nur die Taschen, ist wieder unnötig voll. Das macht man sich hier in dem Spiel ja sowieso. Das macht man sich hier in dem Spiel ja sowieso die Taschen unnötig voll. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Ich auch. Liebelein, ich auch. Hier ist es um ein rauskunde. Loot schon wieder. Loot schon wieder. Aua. Gut, das war's hier. Was ist hier zu finden? Da geht die Tür weiter. Was war hier? Hier war doch auch irgendwas. Ah, die gingen die leider runter für ins Erdgeschoss. Hier ging es weiter. Okay, also müssen wir hin durch die Tür durch. Alles klar. Alles klar. Gehen wir durch die Tür. Einen kleinen Rückfallpunkt hier war drin. Immer weiter, immer weiter. Nichts aufgesammelt. Also abgebaut. Aufsammeln schon. So was nehme ich mit. Okay, okay, okay. Das ist so ein Reh. Da geht's runter gleich. Ich weiß weiter. ! 112 Von So. 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 Und wo kommt er jetzt? Ich habe ein schlechtes Gefühl über das hier. Tschau. Und wo kommt ihr denn jetzt, wenn die mir das nicht mal sagen? Hab ich euch. Hab ich euch. Ach guck mal, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Können wir denn jetzt ab? Wir kampfen hier. Wir kampfen hier. So, dann müssen wir nach ihr. Droni findet den Weg schon wieder nicht, oder was? Ach doch, Droni ist da. Droni ist da, ist kein weitergehen. Droni. Bitteschön. Guter. Droni. 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 Wasserpügel unten rum, auch nicht schlecht. Und er lacht draußen. Draußen lacht da wieder einer. La 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 la. Okay. 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 Yep. Okay. 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 okay es war wieder heftig überraschend war nicht aber nicht ohne gewässer war sich nicht ohne gewässer nachladen tank mit gefühl um die ecke drum herum gezirkelt da kam die her ihr räuber ihr lass mal gucken was was haben wir jetzt eigentlich alles schon ich glaube die wollte ich mal immer wieder mal dass wir platzern zumindest mal die normalen die werden verkauft die bringen geld das weiß ich ansonsten ist da nicht viel drin aber leer machen können ja gut da eine und der eine mais da haben wir wieder ein bisschen platz weiter gehts ich denke mal das geht ja jetzt hier weiter ah jetzt ja eine insel was war hier noch überhaupt irgendwas ist I've got a bad feeling about this. 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 Master, we are not alone. I've got a bad feeling about this. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Es ist nicht mehr weit bis zum Ende, glaube ich. Wenn ich das richtig im Hinterköpfchen habe. Das ist die Leiter, wo die anderen jetzt gerade eben runtergefallen sind. Alle. Hier was nach oben. Nicht wirklich. Hier ist nochmal mumpeln. Ein paar. Ein paar medics. Die Tür auf die andere Seite, ne? Ja. 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 Toll. Hier kam ich hoch. Ich bin trotzdem verlaufen. Hier geht es weiter. Hier geht es nicht. Hier müssen wir rein. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. La la la. La la la. Gut. Hunger. Great to see you, Master. Ja, können wir doch geben was dagegen machen. Penne-Eintopf und Gumbo-Eintopf. So ein Eintopf-Gemüse. Aber dafür nimmst du dann hier die, alles was mit Essen und Trink zu tun hat, mal wieder da rein bei dir, ne? So. Der Rest kann nach oben und dann kann es weiter gehen. Das war hier hinten dran. Hier war da auch noch welche. Hier müssen auch noch welche gewesen sein. Ja. Genau um euch ging es. Genau um euch ging es. Liebe Leute. Dann haben wir die. Hier ist nochmal. Chip beritt drin. Genau. Dann sind da hinten. Da hinten müssten noch welche sein. Ich hab' dir den gemacht. Ja. Ich hab' dir den gemacht. Ja. 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 Ich hab' mir den nicht ran. Ja. 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 gewesen, dass ich den noch gekriegt habe. Die scheiß Entfernung da raus. Woher gleich nehme ich direkt mit. So, das war diese hier. Warten wir, wie sah es noch auf der anderen Seite hier aus? War hier noch einer? 2, 3. Sag ich doch, da war noch einer. Da sind wir hier oben angekommen. Da müssen wir rein. Da fahr ich doch wieder mit. Versuchen wir doch mal schlau zu sein. Schauen wir mal. Das so geht, wie ich mir das vorstelle. Da habe ich nämlich jetzt hier einigermaßen verteiltes Schussfeld. Schussfeld! 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. Das war's für heute. Das war's für heute. Incoming enemy, prepare for conflict. Das heißt gleich wieder suchen. Dann heißt es gleich wieder suchen. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich wisst gar nicht, wie sehe ich dann diese Sucherei immer hasse. Am besten ist ja immer noch, wenn sie von selbst kommen. Ja komm, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Lassen wir das auch noch reinlaufen. Er braucht eh besser sein, wie ich hier auch gefunden habe. Ja, wir brauchen alle so eine mit. Gucken, was du noch so aufnehmen kannst. Das ist ein oder andere. Da bist du. Da bist du. Dich hätte ich ja können hier drin lang suchen. Dich hätte ich können da drin lang suchen, mein Freund. Ich hatte hier Pio Scheiße Drops. Verhaltet euch die im Hinterkopf, wenn ihr so größere Pio Eis macht. Pio Scheiße Drops. Immer gut. Er kommt hier ohne Probleme von ganz oben ganz runter. Lässt du den Hund in Ruhe. Ja, wir rennen zu unserem Moped. Ja, und dann fahre ich gechillt jetzt nach Hause. Ja, ich fahre gechillt nach Hause. Ist ja schon ein bisschen was, bis wir dann wieder da sind. Ja, ist ein bisschen was. Deswegen verabschiede ich mich hier schon von euch. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es da wieder heißt, 7 Days to Die Age of Oblivion mit mir. Auf meinem wunderschönen Kanal hier. Bis demnächst. Ciao, ciao.